Mein Herz Niemandem von Else Lasker-Schüler Gelesen von Anna Trimper Liebe Jungens, dass Kurtchen dich mitgenommen hat nach Schweden, Herr Watt, ist direkt eine Freundestat. Kurtchen wird erster Staatsanwalt werden und euch kann nichts passieren. Ich habe niemanden, dem ich meine Abenteuer erzählen kann, außer Peter Baum, der aber aus der alten Wohnung in die neue Wohnung zieht. Im Wirrwarr hat er statt seines Schreibtischsessels seine Matja in den Möbelwagen getragen und sie den Umzugsleuten besonders ans Herz gelegt, dass die Quasten nicht abreißen. Am Abend erst erzählte ich ihm meine neue Liebesgeschichte. Vorgestern war ich mit Gertrude Barison in den Lunapark gegangen, leise in die ägyptische Ausstellung, als ob wir so etwas Süßes vorausahnten. Gertrude erweckte dort in einem Kaffeehaus die Aufmerksamkeit eines Vollbart-Arabers. Mit ihm zu koketieren, auf meinen Wunsch schlug sie mir entsetzt ab, ein für allemal. Ich hätte nämlich gerne den Lauf seiner sich kräuselnden Lippen beobachtet, die nun durch die Reserviertheit meiner Begleiterin gedämmt wurden. Ich nahm es ihr sehr übel. Aber bei den Bauchtänzerinnen ereignete sich eines der Wunder meines arabischen Buches. Ich tanzte mit Min, dem Sohn des Sultans von Marokko. Wir tanzten, tanzten wie zwei Tanzschlangen oben auf der Islambühne. Wir krochen ganz aus uns heraus nach den Locktönen der Bambusflöte des Bändigers, nach der Trommel Pharaonen alt mit den ewigen Schellen. Und Gertrude tanzte auch, aber wie eine Muse, nicht muselhaft wie wir. Sie tanzte mit graziösen, schallkraften Armen. Ihre Finger wehten wie Franzen. Aber er und ich verirrten uns nach Tanga, stießen kriegerische Schreie aus, bis mich sein Mund küsste, so sanft, so inbrünstig. Und ich hätte mich geniert, mich zu sträuben. Seitdem liebe ich alle Menschen, die eine Nuance seiner Hautfarbe an sich tragen. Ich liebe den Slaven, weil er ähnliche braune Haare hat wie Min. Ich liebe den Bischof, weil der Blutstein in seiner Krawatte von der Röte des Farbstoffs ist, mit der sich mein königlicher Muselmann die Nägel färbt. Ich kann gar nicht ohne zu brennen an seine Augen denken. Schmale, lässige Flüsse, schimmernde Iris, die sich in den Nil betten. Was soll ich anfangen? Die Verwaltung des Luna-Parks hat mir verboten, wahrscheinlich hat sie Verdacht bekommen, den Park zu betreten. Ich brachte nämlich gestern Morgen meinen herrlichen Freund einen großen Diamant. Deinen, Herbert. Bist du böse? Und auch eine Tüte Kokosnussbonbons mit. Wenn ich überhaupt jetzt Geld hätte? Und ich habe an den Luna-Park einen energischen Brief geschrieben, dass ich diese mir angetane Beleidigung der Voss mitteilen würde, dass ich Else Lasker-Schüler heiße und Gelegenheitsgedichte lieferte beim Empfang europäischer Kronprinzen. Was nützt mir's, dass sie mich wieder einlassen? Immer geht ein Detektiv hinter mir, aber Min und ich treffen uns bei den Zolos. Die leben schwarz und wild am Kehricht der ägyptischen Ausstellung, wo kein Weißer hinkommt. Die ganze Geschichte hat mir der Impresario eingebrockt, der behandelt die Muselleute wie Sklaven und ich werde ihn ermorden mit meinem Dolch, den ich mir erschwang im Lande Minns. Er ist der Jüngste, den der Händler nach Europa brachte. Er ist der Ben des jugendlichsten Vaters im ägyptischen Lunagarten. Er ist kein Sklave. Min ist ein Königssohn. Min ist ein Krieger. Er trägt ein hochmütiges Atlas-Kleid und er träumt nur von mir, weil er mich geküsst hat. Kurtchen. Freund Herbert, wärst du doch hier. Kein Mensch will mit mir nach Ägypten gehen. Gestern war eine Hochzeit dort angezeigt, an allen Litfa-Säulen. Sollte er sich verheiratet haben? Denkt mal, ich habe in den Mond gesehen, auf der Weidendammer Brücke, für zwanzig Pfennige. Ich habe aber nur sehr schattenhaft die Menschen durch das Fernrohr erkannt. Ein Mann hatte die Haare so wie du geschnitten, Herbert, oder vielmehr nicht abgeschnitten. Und einen Herrn mit einer Aktenmappe habe ich ein Brot mit Roastbeef essen sehen. Der glich dir, Kurtchen. Und wahrhaftig, ein Kaffee gibt's auch auf dem Mond. Es war Nacht. Ich hörte aus seinem Innern eine Stimme wie Karos Stimme singen. So lasst uns wieder von der Liebe reden, wie einst im Mai. Ich habe mich endgültig in den Slawen verliebt. Warum? Ich frage nur immer die Sterne. Ich liebe ihn ganz anders als den Muselmann. Sein Kuss sitzt noch ein Goldschmetterling auf meiner Wange. Den Slawen aber möchte ich nur immer anschauen, wie ein Gemälde auf Altmeistergrund. Eine Feuerfarbe hat sein Gesicht. Ich verbrenne im Anschauen und muss immer wieder hin. Du brauchst gar keine Angst zu haben, Herbert. Er hat mir auf meinen Liebesbrief gar nicht geantwortet. Ich schrieb ihm, Süßer Slave, würdest du in Paris im Louvre gehangen haben, hätte ich dich statt der Mona Lisa gestohlen. Ich möchte dich immer anschauen. Ich würde gar nicht müde werden. Ich würde mir einen Turm bauen lassen, ohne Türe. Ich möchte am liebsten zu dir kommen, wenn du schläfst, damit deine Wimper nicht zuckt im Rahmen. Ich denke gar nicht mehr als an dich und nur an dich und nie anders. Als ob du in einem Rahmen ständest, so schön wie du gestern warst. Man müsste dich zweimal stehlen, einmal der Welt und einmal dir selbst. Du weißt am schlechtesten, mit dir umzugehen. Du hängst dich immer ins falsche Licht. Ich versichere dir nochmals, lieber Herbert, du brauchst dir darum keine Sorgen machen. Er reichte mir gestern Abend nicht einmal die Hand. Es verriet mir jemand im Vertrauen, er will sich mit dir nicht entzweien. Er ist Literat. Was sagst du zu solch einer Feigheit? Du hättest mir in seiner Lage wiedergeschrieben, nicht? Vorgestern Nacht träumte ich sogar, ein Eisbär sei euch beiden Nordpolfahrern begegnet und hätte euch gefragt, ob ihr euch bei ihm fotografieren lassen wolltet. Was ich ein ausgesuchtes Unglück in der Liebe habe. Ihr auch? Habt ihr schon Ibsen gesehen und die Hedda Gabler? Und habt ihr euch schon eine andere Landschaft betrachtet wie ein Kaffee? Ihr könnt lachen, ich habe aber die ganze Nacht nicht geschlafen. Einmal war es kalt, einmal heiß, dann stürmte es Herbst und dazwischen glühte eure Mitternachtssonne. Als ob der September mir alles nachäffe. Ich weiß nämlich gar nicht genau, wen ich liebe. Den Slaven oder den Bischof? Oder sollte ich mich noch immer nicht von Min trennen können? Der Bischof ist seit gestern von mir zum Erztbischof ernannt worden. Aber der Slave wird wohlweislich bald seinen Abschied einreichen. Seine diplomatischen Experimente mit mir sind demokratisch. Ich bat ihn, meinen Liebesbrief mir wiederzugeben zum Donnerwetter. Ich habe doch zum Donnerwetter Ehre im Leib. Er hat ihn mir noch nicht zurückgesandt. Ob er mir ein paar Worte dazuschreiben wird. Aber was hilft das nur? Der Erzbischof spricht, wie ich träume. Ganz genau so. Auch versteht er unausgesprochen meine Wünsche zu erfüllen. Er wandelt mit mir durch schwermütige Wälder über Rosenpfade. Oder wir suchen mitten in der Gespensterstunde rissige Straßen auf, die auf die Spree blicken, finster wie das Auge des Arbeiters. Und jeden Tag bekomme ich vom Bischof einen Brief. Es sind die schönsten Briefe, die ich je gelesen habe. Ich lese sie laut mit der Stimme des Slaven. Und, wie geht es euch? Ihr seid wohl schon am Wendekreis des Schneehuhens angelangt? Erkälte dich nur ja nicht, Herbert. Vor allen Dingen bekomme kein Schnupfen. Ich werde wahnsinnig vom Rauschen der Nase. Kommt ihr bald nach Hause? Der Erzbischof und der Slave sind heute vor elf Uhr schon aufgestanden und verließen das Café. Wenn sich nun der Erzbischof und der Slave alles sagen, der dicke Caius Maius blieb bei mir am Tisch sitzen. Caius Maius, Cäsar von Rom, wenn er nur nicht immer von Literatur redete. Solange es von meinen Versen handelt, geht es ja noch. Aber fängt er von Aristophanes an zu quatschen, soll ihn Dantes Hölle holen. Er vertraute mir an, er liebe Lucrezia Borgia. Als ich ihn fragte, wer das Frauenzimmer sei, bekam er einen Lachkrampf. Ohne dich, Herbert, geht es jedoch nicht. Du hilfst mir immer in der Geschichte, auch geniere ich mich, jemanden zu bitten, mir die Kommas zu machen. Auf einmal kam gestern dein Freund, der Doktor, wieder ins Café mit der Marie Borschat und ihrer Freundin, der Margret König. Die ist auch Schauspielerin. Wusstest du das? Du, sie ist reizend. Ich schickte ihm ausgerauchten Zigarettenschächtelchen des Schlaven einen Schokoladenkeks und eine Zigarette. Sie ist eine süße Silhouette. Immer steht sie, ein goldenes Nymphchen, zwischen meinen bunten, plätschernden Gedanken. Darum ging ich auch heute Abend in den Vortrag der Marie Borschat, nicht um meine Gedichte zu hören, nur der Margret wegen. Aber ich war sehr überrascht von der Vorlesung der Marie, die ist eine italienische Sprecherin. In ihrer Stimme tönen venezianische Glasblumen und echte Spitzen aus den Palästen knistern unter ihren Worten. Ausgesehen hat sie in ihrem Terrakotta-Kleid und ihrem Turban mit der Goldfranse wie eine kleine Dogen-Prinzessin. Wenn ich einen Dogen wüsste, ich ließ sie entführen in einer Gondel. Es kann doch nicht alle Tage dasselbe außer mir passieren. Du sagst zwar immer, ich soll mich nicht um andere Menschen bekümmern, aber mich ärgern ebenso sehr die Unkünstlerischen wie die künstlerischen Vorgänge mich im Leben erfreuen. Ich glaube, es ist schon zwölf Uhr. Ich bin tatsächlich zu bange, heute den Flur meiner Wohnung alleine zu betreten. Ich bin nervös. Ich werde dir mein Wort nicht halten können und vor morgen schon in meinem Bett liegen. Ich werde bei dem Fräulein am Harlenser Bahnhof schlafen auf ihren blutlosen alten Kanapé. Sie erzählt mir den Rest der Dunkelheit von ihren Liebhabern. Gute Nacht, Herbert, liebes Kurtchen. Herbert, ich bin nun zwei Abende nicht im Café gewesen. Ich fühle mich etwas unwohl im Herzen. Dr. Döblin vom Urban kam mit seiner lieblichen Braut, um eine Diagnose zu stellen. Er meinte, ich leide an der Schilddrüse, aber in Wirklichkeit hatte ich Sehnsucht nach dem Kaffee. Er bestand aber darauf, mir die Schilddrüse zu entfernen, die aufs Herz indirekt drücke. Ein klein wenig Kretin könnte ich davon werden, aber wo ich so aufgeweckt wäre, käme ich nur wieder ins Gleichgewicht. Ich habe nämlich gebeichtet, dass ich mir außerdem das Leben meiner beiden Freunde wegen hätte nehmen wollen, am Gashahn, der aber abgestellt worden sei. Der ganze Gasometer ist geholt worden. Ich konnte die Gasrechnung nicht bezahlen. Auch in der Milch kann ich mich nicht ersäufen. Bolle bringt keine mehr. Wie soll ich nun, ohne zu erröten, wieder ins Café kommen? Ein Mensch wie ich müsste sein Wort halten. Ich werde den beiden, dem Bischof und dem Slaven vorschwindeln. Du wirst dich zu sehr erschrecken. Liebe Jungens, ratet nur, die beiden waren gar nicht mehr da, als ich um zwölf Uhr lebendig ins Café kam, aber dein Freund, der Doktor, saß und sang für sich. Manchmal so laut, er vergaß schier den Ort. Seine Stimme ist mythenhaft, olympisch, auch Krater raucht darin und trönen kann sie wie Zeus Wort. Dass wir beide uns böse sind, ist direkt unkünstlerisch. Wisst ihr, wer heute in aller Früh angeklingelt hat? Fridolin Gulke. Er habe sich verliebt, er habe seine erste Liebe getroffen. Damals sei sie 13 gewesen, vor drei Jahren und er zeche nicht mehr. Seine Flamme trüge einen Heiligenschein um den Kopf. Auch ins Café käme er nicht mehr. Ich sollte ihm dieselbe Askese versprechen. Heimlich halten wir alle das Café für den Teufel, aber ohne den Teufel ist doch nun mal nichts. Ich bin neugierig, wie lange der Gulke es ohne Teufel aushält. Lieber Herbert und liebes Kurtchen, bleibt noch so lange wie es euch gefällt. Ich freue mich ja so, dass ihr euch schon erholt habt und über eure schön interessanten Ansichtspostkarten. Wie vornehm ist Ipsens Grabmal eine Säule in der Sprache der Hieroglyphen eine nordische Pyramide. Gestern zeigte mir der Erzbischof auch mein Denkmal. Der indische Turm des Lunaparks müsste einmal Es überkam mich ein Grauen, aber zu gleicher Zeit senkte ich erhabend den Kopf vor der mir angetanen Ehre. Der Bischof ist der Gärtner des Worts. Er spricht mit einer gleichmäßigen Ruhe, die mir wohltut. Er behauptet zwar, er spreche nur mit mir so gleichmäßig und vorsichtig und ich weiß nicht, ob er mich für eine zarte Pflanzenart oder für einen Tiger Held. Als wir am Abend dem Slaven begegneten, ging er an uns vorbei. Er spielt altmodisch den Erhabenen. Er ist eben ältlich im jugendlichen Alter. Wenn man ältlich ist, kann man keine Jahreszeit des Herzens erleben, selbst den Winter nicht, ebenso wie der kindische nichts vom Frühling weiß. Oh, und alles bedeutet der Wandel im Menschen. Der Bischof und ich spielen augenblicklich Lenz. Peter Baum gibt mir auch vollständig recht, er sei nur zu faul zum Wandel. Er lässt euch grüßen. Sein Roman aus der Rokoko-Zeit sei fast fertig. Vor einem halben Jahr war er beinahe fertig. Lebt wohl, liebe Kameraden. Kajus Marius, der Cäsar, setzte sich geheimnisvoll an meinen Tisch, als ich Peter Baum für einen Augenblick entfernte. Kajus möchte mich etwas fragen. Ich möchte Sie etwas fragen, Else Lasker Schüler. Passen Sie mal auf. Es handelt sich um meine literarische wie um meine materielle Zukunft. Würde es mir Herr Walden übel nehmen, falls ich bei Cabuletti in Florenz in den Verlag eintrete. Kraus ist ja erhaben über dergleichen, aber Walden hat zurzeit Herrn D. schon einmal bei einer solchen Gelegenheit die Alternative gestellt. Ich habe ihm geantwortet, Herbert, dass er meine Stellung zu dir überschätze. Ich wäre noch nicht mal als Laufbursche unten im Büro angestellt. Ich bewerbe mich aber um den Sekretariats Posten und würde seine Angelegenheit zur Sprache bringen. Bin ich nun so dumm? Offen gestanden, ich mag Kajus Majus schrecklich gern leiden. Er ist ein drolliger erwachsener Pausbacken Engel. Sein Humor hat sich frisch erhalten, aber statt der Trauben trägt er einen weißen Kragen um den Hals. Was sich doch die Menschen verändern, was die Literatur aus einem Menschen macht. Aber allen Ernstes Herbert, wirst du es ihm schreibe ich nicht eine Bohne mehr. Die einzigen Sachen, die mir Vergnügen machen, sind Kajus Majus Sachen. Als Peter Baum wieder an unseren Tisch trat, kamen durch die Kaffeehaustüre die Signora Marie und die Margret. Ich sage, die Margret sieht heute aus wie ein Glühwürmchen und Peter Baum schnappte danach. Aber Kajus Majus schwamm weiter durch die literarische Seligkeit wie ein Walfisch. Aus seinem Kopf floss über Kreuz ein Springbrunnen. Wir gingen zeitig nach Haus. Er ward auf Ehrenwort. Wieder ist ein Brief vom Dalai Lama aus Wien gekommen. Ich habe ihn zu den anderen Briefen und Karten und Drucksachen in deine Five O'Glock Hose gesteckt. Lieber Cook und liebe Perry, ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen. Gestern in der Nacht der Himmel war eine Mischung aus Tauben Blau und Sternen. Gingen der Bischof und ich in eine kleine Kneipe in die Momsenstraße. Aber ich hatte kein Geld mehr bei mir, als gerade noch für ein Glas Wasser, Trinkgeld kostet. Der Bischof verträgt aber wahnsinnig viel Alkohol. Er wollte durchaus Burgunder trinken, weißen Burgunder. Er beteuerte mir, dass durch sein Herz weißer Burgunder ströme. Er wollte mich durch die Blume des Weins von seiner reinen Liebe verständigen. Aber ich sagte ihm, ich hätte kein Geld und er war sehr niedergeschlagen, dass ich von ihm nichts annehmen wollte. Meint ihr, ich hätte mit ihm den Burgunder trinken sollen oder Goldwasser. Ich will euch offen sagen, wir haben Goldwasser getrunken. Ich habe mich zum ersten Mal von einem Menschen frei halten lassen. Es lag eine Zärtlichkeit in seinem Geben. Manchmal reichte er das klein geschliffene Glas bis an meine Lippen, wie man es bei einem Kind tut. Ich liebe seitdem den Bischof und ich habe ihm erlaubt, meine Haare zu küssen. Er sagt, sie duften nach Lavendel. Liebe Jungens, ich habe hier nun keinen Menschen, dem ich das alles erzählen kann. Kommt bald wieder. Der Peterbaum ist ein Schaf. Er grast immer auf der Wiese bei seiner Mutter und immer kann er nicht loskommen von Hans oder von einem anderen Cousin des Wuppertals. oder seine Schwester lässt ihn nicht fort oder Maja sein Weib ist zurückgekehrt von der Reise. Ohne Peter Baum kann ich nicht leben. Er rückt mich nie. Er findet alles passt zu mir, was ich tue. Aber vor dir habe ich Angst, lieber Herr Watt. Eine Backpfeife wäre mir lieber als dein strenges Gesicht. Den Geschmack habe ich noch von der Schule her und ich werde lieber in deiner Abwesenheit diese Briefe an dich und Kurtchen an deine Druckerei schicken. Du sagst ja doch, es geht nicht, aber es geht alles, wenn man will. Peter Baum findet auch nichts dabei. Den ganzen Tag habe ich gestern auf ihn gewartet. Ich schrieb dreimal denselben Brief. Einen sandte ich an seine erste Wohnung, den zweiten an seine zweite Wohnung und den letzten an seine Mutter Wohnung nach Friedenau. Denkt mal, er ist abgereist mit seiner Schwester Chilly nach Hittensee. Am hohen Zollern Damm wohnt seine Frau die Matja mit ihrer Freundin Jenny. In der alten Ringbahn Straße hat Peter Baum seinen Roman liegen lassen. Die Tapezierer haben die Hälfte Blätter schon mit Kleister beschmiert, um sie unter die neue Tapete zu kleben. Aber was geht uns das an? Hast du dir den Brief von der Post in Christiana abgeholt, lieber Herbert? Was sagst du dazu, dass deine Pantomime in ganz Luxemburg angenommen worden ist? Ich singe immer seitdem Ich bin der Graf von Luxemburg und hab mein Geld verjuckst. Verjuckst. Herbert, gestern war ein Monstrum im Café mit orangeblonden angesteckten Locken und wartete scheins bis Mitternacht auf dich, Herbert. Leugne nur nicht, du kennst sie, sie sprach genauso im Tonfall wie du, überhaupt ganz in deiner Ausdrucksweise. Nachher ging sie in die Telefonzelle. Ich und Zeugen hörten sie unsere Nummer rufen, aber deine Sekretärin musste wohl schon gegangen sein, denn das Monstrum stampfte so wütend mit dem Fuß, dass die gläserne Tür des kleinen Kabinetts klirrte. Und so stampfen nur Verhältnisse. Es wäre doch eine Gemeinheit von dir, wenn du mir untreu wärst. Jemand hat hier im Café gesehen, wie sie dir unter dem Tisch eine ihrer künstlichen orangefarbenen Locken schenkte. Aber was wollte ich noch sagen? Heute morgen war Min bei mir in der Wohnung. Auf seiner stolzen Schulter trug er einen großen Reisekorb, mich darin sofort einzupacken, nach Tanga. Ich will es mir noch überlegen mit dem Bischof. Natürlich, wenn der Bischof mich wirklich liebt, kann ich ja nicht weg. Aber noch eins, niemand schwärmt so für deine Pantomime wie der Erzbischof und der Slave. Also bleibe noch ruhig am Nordpol, du und Kurtchen.